Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Guten Morgen am Montag, dem 14. August. Guten Morgen beim Geek Talk Tele. Jan aus Wien hier. Tja, wer hätte es gedacht, dass ich mal tatsächlich einen Urlaub aushalte, ohne zu podcasten? Wie ihr hört, dem ist nicht so. Auf der anderen Seite, unser lieber Martin ist nach wie vor leider krank. Keine Sorge, es wird jetzt, hoffentlich geht es der Besserung zumindest zu, das dürfte besser werden. Dementsprechend schaffen wir es morgen dann leider aber auch nicht, normale News-Sendungen aufzuzeichnen. Aber zumindestens hier im Geek Talk Daily halten wir die Fahnen hoch und möchten euch weiterhin quasi up-to-date halten. Ich habe heute acht Technik-Themen für mich vorbereitet. Es geht um LoveFilm, Soundcloud, Indien, Archive.org, Windows 10 Pro, OneDrive, Shield und Euphi Genie. Wir kommen zu LoveFilm. Das war ja mal so ein Filmverleih, sag ich mal, der dann von Amazon gekauft wurde. Im Endeffekt verschicken die per Post DVDs und Blu-rays. Ein Konzept, das ein bisschen aus dem, zumindestens vergangenen Jahrzehnt klingt. Dementsprechend wird das jetzt auch eingestellt. Amazon hat mittlerweile bestätigt, am 31. Oktober 2017 wird das Service eingestellt. Grund dafür, ja ganz klar, die Konkurrenz sitzt im eigenen Haus. Amazon macht wesentlich mehr Umsätze natürlich mit Amazon Prime Video. Und auf der anderen Seite ist Streaming natürlich heute auch deutlich zeitgemäßer. Wir kommen zu Soundcloud und da gab es ja sehr dunkle Wolken quasi über dem sehr erfolgreichen Startup aus Deutschland. Mittlerweile ist klar, Soundcloud dürfte mehr oder minder zumindest mal gerettet sein. Das angekündigte Investment kommt tatsächlich von der Rain Group und Temasek. Zusätzlich gibt es neues Personal. Im Endeffekt werden zwei Leute von Vimeo dort größer einsteigen. Einerseits wird einer davon der neue CEO, der andere wird dann für die Erstellung von Inhalten bekannt, also eingesetzt werden quasi. Wir kommen zu Indien und zu einem netzpolitischen Thema. Dort wurden 20650 Webseiten dauerhaft blockiert, wie die BBC berichtet und Netzpolitik.org das Thema aufgreift. Unter anderem zum Beispiel aber auch so große Seiten wie archive.org. Unterm Strich der Vorwurf ist quasi, dass es Urheberrechtsverletzungen gibt und damit legitimiert man die Netzsperren. Auf der anderen Seite bietet archive.org aber darum, das genauer zu prüfen und die Seite wieder zugänglicher zu machen. Schließlich und endlich hat das große Internetarchiv jedoch eine sehr wichtige Funktion und sollte auch Indien weiterhin erhalten bleiben. Wir bleiben bei archive.org. Wir haben ja Gott sei Dank Zugriff darauf. Dort gibt es eine neue interessante Sammlung. 25.000 Schallplatten wurden digitalisiert. In den Show Notes findet ihr einen Link. Klickt mal rein. Ihr könnt das entweder direkt im Browser streamen oder auch kostenlos runterladen. Eine sehr, sehr, sehr große Datenbank im Endeffekt von sehr vielen alten Klassikern. Teilweise durchaus auch Werke, die es in dieser Form so aktuell nicht mehr gibt und quasi nicht den Sprung ins digitale Zeitalter bisher geschafft haben. Wir kommen zu Windows 10 und dort wird es jetzt eine neue Version geben, nämlich Windows 10 Pro für Workstations. Also im Endeffekt für Server und sehr, sehr, sehr rechenleistungsstarke Computer. Im Endeffekt soll die neue Version quasi bis zu vier Prozessoren von Intel Xeons unterstützen und bis zu sechs Terabyte an Arbeitsspeicher. Bisher waren maximal zwei Xeons und zwei Therapeuten-Arbeitsspeicher unterstützt. Auch ein neues Dateisystem gibt es. Das nennt sich ReFS, Resilient File System. Ja, und sonst ein paar Neuerungen, die vor allem eben für besonders performante Computer spannend werden. Wir kommen zu Microsoft weiterhin quasi. Wir bleiben aber bei, also gehen zu OneDrive. Das OneDrive hat die App ein großes Update bekommen unter iOS. Dort gibt es ein paar, ja, recht wichtige, aber jetzt nicht neue Features, zumindest nicht neue, was irgendwie den Einsatz von Cloud-Speichern betrifft. Auf der einen Seite kann die App jetzt auch Dokumente scannen, diese im PDF-Format speichern. Vorher kann man auch Annotationen durchführen. Auf der anderen Seite gibt es Offline-Ordner und eine neue Teilen-Funktion. Diese ermöglicht Dateien quasi nur temporär für Leute zu teilen und damit auch ein Ablaufdatum festzulegen. Wir kommen zu NVIDIA und dort gibt es einen Rückruf, von dem ja auch unsere Hörer betroffen sein könnten. Ich bin auch davon betroffen. Im Endeffekt werden die EU-Netzteilstecker seit Juli 2014 bis Juli 2017 zurückgerufen. Das betrifft alle Produkte von NVIDIA, also auch die Netzteilstecker der Shield-Tablets und das Shield-TV. Sofern ihr betroffen seid, einfach in den Journals mal durchklicken. Auf der Webseite gibt es im Endeffekt ja alle Informationen dazu und ihr erhaltet kostenlos Ersatz für eure Stecker. Wir schließen heute mit einer News von Anker. Die haben unter der Marke Euphi jetzt das Genie vorgestellt. Im Endeffekt eine kleine Bluetooth-Box, die aber auch einen schlauen Assistenten drin hat. Wer jetzt auf eine Eigenentwicklung hofft oder davor Angst hat, nein natürlich nicht. Amazon hat ja Alexa quasi frei für alle zugänglich gemacht. Jetzt gibt es vor allem den ersten sehr günstigen Konkurrenten, nämlich eben von Euphi. Der Dot-Nachbau soll quasi nur 50 US-Dollar kosten. Immerhin 15 US-Dollar günstiger als der Amazon Echo Dot. Und ja, im Endeffekt will Anker da jetzt eine eigene Smart-Home-Linie aufbauen. In den nächsten Wochen sollen auch eigene Smart-Home-Geräte kommen, die dann quasi auf diese Alexa-Steuerung setzen. Nämlich steuerbare Lampen, Steckdosen und ja, auch wahrscheinlich der Staubsauger-Roboter, der ja schon im Einsatz ist, sich ganz gut verkauft. Und auch der soll dann quasi mit einem neuen Modell Alexa-Unterstützung bieten. Das war's von der heutigen Folge. Ich werde mich natürlich wieder täglich bei euch melden bis Freitag. Ich hoffe, ihr genießt vielleicht, so wie ich, auch meinen Urlaub. Ansonsten hoffe ich zumindest, dass ihr am Dienstag Feiertag habt. Trotzdem wird ein Erfolg herauskommen. Dementsprechend, ja, wir hören uns morgen wieder. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis bald und ciao. Hört mehr Geek Talk.